Der Wunschpreis ist 40.000. Ja, schönes hat auf jeden Fall seinen Preis und dieser Tisch war sehr, sehr schön. Das ist nicht nur ein Tisch, es ist ein Kunstwerk. Da liege ich in meiner Einschätzung bei 17.000 bis 20.000 Euro. Das heißt nicht, dass der Tisch nicht seine 50.000 bis 100.000 Euro bringen kann in der richtigen Galerie New York oder beim Börsenmakler oder sonst wie. Leider hat sich der Eigentümer wieder hineinverliebt und hat gesagt, nee, also die Expertise ist ihm dann doch zu wenig. Im Laufe der Verhandlungen jetzt, ja, wächst mir der Tisch wieder zurück ans Herz. Okay. Dann will er auch bei Ihnen bleiben, da brauchen wir gar nicht weiterbieten. Aber trotzdem danke, dass Sie bei uns waren. 20, 30, 40.000 für ein Coffee-Table. Das wird selten und da wird auch die Kundschaft dünn. Wir müssen ja auch sehen, dass wir ein bisschen zumindest die Chance auf eine Marge haben. Deswegen kamen wir nicht zu Recht.